Irene, wir machen mit dir das Power Workout. Was ist das genau? Das Power Workout ist Langhandeltraining. Wir arbeiten mit verschiedenen. Aber natürlich vor allem mit Langhandeln, mit Kurzhandeln, mit Ballen, mit dem Step. Es hat keine Choreografie. Es ist nicht irgendwie, dass man hier studieren muss. Es ist ganz einfach. Hauptsache ist es einfach zu schwitzen und Spass haben. Es ist für alle, es ist Anfängermittel, es ist für alle geeignet. Hauptsache ist man Spass am Bewegen und man möchte gerne mit Kraft arbeiten. Aber keine Angst, es gibt nicht so riesige Muskeln, sondern wir schwitzen, wir gehen in die tiefe Muskeln durch und wir schauen natürlich jetzt, wo der Frühling kommt, dass wir der Bikini-Figur stimmen. Und wie gesagt, Spass haben ist ganz wichtig für uns. Fingre editorial, bis zur developmental tablespoons durch aufz deeply Platz das Ziel jede Nacht und für morgung. Und wie gesagt, das Spiel gibt, denstenhl also alma kann auf geht und die zischen Raum kann abenden. Das Fingre coups sch fail vom Entle sociale in Birengen. Und die dauern sind Ressourcen gespielt. Und wir schauen jetzt den UCA Purdueaba in B senses. Wir setzen uns sehr schnell tiempo direkt die eigene Betriebe und Das healthcare may Interessestoffe Porque in Beste, Untertitelung des ZDF, 2020